Herzlich Willkommen zu einem neuen Lomtruh Video. Die Idee zu diesem Video ist eigentlich durch Snapchat gekommen. Und zwar habe ich einen Snap gesehen vor ein paar Tagen, wo jemand Cola gekocht hat. Einfach weil er zeigen wollte, was eigentlich übrig bleibt, wenn der Körper die Flüssigkeit von der Masse trennt. Was dann so im Magen bleibt. Das war ziemlich ekelig. Und ich dachte mir, hey, das ist cool, das mache ich einfach selber mal. Damit das Ganze aber trotzdem noch ein Lomtruh Video bleibt, habe ich hier einen klassischen analogen Film, den ich da jetzt gleich mit reingeben werde. Das heißt, ihr seht eigentlich noch ein Filmzerstörungsvideo dabei. Also zwei Videos in einem. Ich wünsche euch viel Spaß, wir legen sofort los. 3, 2, 1... Deine Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020